Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil, und zwar den 19 Moras. Ich komme 4,6 Kilometer lang. Ja, die Folge wird wahrscheinlich nicht so lange sein wie die letzte, die wir jetzt hatten, wie gestern die Folge. Aber wir haben ja mit was zu tun. Und die kleinen Händler gibt es auf jeden Fall. Es wird nur noch heute eine Folge geben und morgen eine Folge geben. Dann heißt das erstmal wieder eine kleine Pause. Dann geht es nämlich erst am Montag weiter. Also, weil wir ja ab Freitag wieder die Formel 1 im Haus haben. Ja, liebe Leute, es gibt wieder Racing Pooh aus Australien mit dem Team Williams wahrscheinlich. Naja, schauen wir mal. Okay, wenn wir noch, beziehungsweise mal, wenn die sauberen Dings... Oh, wir haben eine saubere Wettungsformelwelle abgeschlossen. Ich weiß nicht, wir brauchen nur noch eine. Dann hätten wir das auch geschafft. Das ist so, dass wir dann in der Waage immer... Naja, guck mal. Was der zweite Tag heute so bringt. Durchsenke. Rechtshalten, überwetten. In links, sechs. Durchsenke. Links, vier. Überwetten. Rechtsstein. In links, sechs. Durchsenke. Hundert. Linkshalten, überwetten. Rechts, sechs. Durchsenke. In links, sechs. Rechtshalten, überwetten. Sech, sechs. Links, halb. Ups, die Wuntenwände war fies. Durchsenke. In links, sechs. Die Tür ist offen. Deswegen war aber gerade auch verkackt. Ich versuche so weit, wie mich am Limit zu fahren. Das macht natürlich auch Fehler. Die Tür ist so zu sein. Rechts 6, überpuppe. 150, links 5, links 3, überpuppe. Nicht schneiden. Rechts 6, überpuppe. 60. Links 6, überpuppe. 2, überpuppe. Nicht schneiden. Rechts 5, links 6. Rechts 1, überpuppe. Links 3, rechts 4. In links 6, 60. Links halten, übermelden. Rechts 6, durchsenken. In links 6, rechts halten, überpuppe. 60, links 6. Rechts 5, links 5, übermelden. Achtung, kuppen. Rechts 1, links 4. Links 5, rechts 3, wegschneiden. 90 Grad rechts, rechts 4. Links 3, rechts 4, durchsenken. Rechts 4, durchsenken. Links 4, wegschneiden. Links 4, durchsenken. Links 5, rechts 4, überpuppe. Links halten, durchsenken. Links 2, durchsenken. Links 3, rechts schneiden. Ich war so schnell, habe ich gerade auch wieder abgehalten, da wieder unten, um reinzurutschen. In den Wald oder so. So, da sind wir halt auch mal durch. 247, haben wir gefahren, 47, 8. Das war zum ersten Mal schon mal eine gute Zwischenzeit. Und wieder sind wir auf alles grün. Naja, wird auch ein bisschen besser sein können, definitiv. So. Wunderbar. Der nächste Teil wird zwar genauso lange, 4,54 Kilometer, also 60 Meter weniger. Gucken wir mal, mal was hinkriegen. Ja, 4,54 Kilometer lang, 60 Meter hoch, leichter Schotter, mittlerer Schotter, also ihr kennt das auf jeden Fall. So, jetzt wieder noch eine saubere Wettungsprüfung, alles andere müssten wir eigentlich momentan haben. Ja. Eine saubere noch. Dann haben wir das. Die Beulen und Schrammen haben offenbar keine Auswirkung auf die Mechanik. Das ist gut. Auf geht's. Das ist gut. Hm. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Ich fahre jetzt gerade hier. Wir sind uns überrückt stark. 2 Sekunden. Ich fahre jetzt ein bisschen Schreck vom Nutz. In links 6. Durchsenke. Nicht schneiden. Rechts halten. Überwenden. Links 6. Kuppe. Senke. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Kuppe. Nicht schneiden. Links 6. 80. Rechts 2. In links 4. Überwenden. Rechts 3. Nicht schneiden. Links 4. Rechts 6. 130. Links 5. Links 3. Überwenden. Das ist wieder ein bisschen Vorsitz. Jetzt ist es wieder vorne. Durch Tor. 60. In rechts. 3. Überwenden. 60. Durchsenke. Offen. Kehre. Links. Klapp. Rechtschneiden. Mittig halten. Überwenden. Durchsenke. 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 Spektoren. Es gibt jetzt nur noch eine Werte. Es gibt nur noch eine Werte. Mit 6,06 Kilometern, das ist die letzte Wertesprüfung, die uns heute ins Haus steht. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir die jetzt als sauber gewertet haben, bekommen haben. Haben wir, yes! Weil da wirklich kein Fehler drin war. Ich bin nämlich deswegen extra ein bisschen was vorsichtiger gefahren. Deswegen war die Zeit auch ab, wenn ich zwischendurch mal zurück stand. Aber wir haben es geschafft, wir haben alles geschafft soweit. Wir müssen jetzt so noch die letzte, wir dürfen jetzt keine 5 Sekunden mehr als 5 Sekunden Zeitschrappe bekommen in der letzten Wertesprüfung. Dann haben wir eventuell alles grün. 3,41 ist die Vorgabenzeit. Jetzt können wir wieder ein bisschen racen. 4,3,2,1, los. Rechts, 4, überpuppe. Durchsenke, 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 durchsenke. Also das letzte große Ding. Links, 6, mittig halten, überpuppe. 60, rechts, 6, links, 5, überpuppe. Rechts, 6, kumpe, in links, 6, durchsenke, in links, 6, durchsenke. Links, 4, überpuppe, in links, 6, durchsenke. 150, übermelde. Sofort, offene Kehre, rechts, innen, halb, rechts, 6, links, 6, offene Kehre, links, innen, halb, links, stein, 6, überpuppe. Die letzte WP für heute. Also WP gleichwertesprüfung. Links, 5, rechts, halb, überpuppe, links, 6, in offene Kehre, rechts, lang, durchsenke. Links, 4. Rechts, 3, in links, 2, links, 6, kumpe, senke. Rechts, 6, links, 6, rechts, 5, rechts, 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 links, 6, durchsenke. Links, 3, kumpe, rechts, 3, lang, kumpe, links, 5, rechts, 6. In links, 2, lang, mach auf, überpuppe. Rechts, 6, durchsenke. Links, 3, kumpe, rechts, 3, lang, kumpe, links, 5. In rechts, 3, überpuppe. 60, durchsenke. Offene Kehre, links, lang, nicht, stein, mittig, halb, überpuppe. Durchsenke, rechts, 3, 60. Rechts, halb, überpuppe. Links, 3. Rechts, 4. In links, 6, 130, überpuppe. Sofort, offene Kehre, rechts, in enthalten. Rechts, 6. Links, 6, kumpe, senke. Rechts, 6. Links, 6. Rechts, 5, kumpe, nicht, schneiden. Links, 6, 80. 80, durchsenke. Mittig halten, übersprungen, 100. Links, 6, kumpe, senke. Rechts, 6, nicht, schneiden. Links, 6. Rechts, 5, kumpe, nicht, schneiden. Links, 6, 130. Links, 5, links, 3, überpuppe. Rechts, 6, überpuppe. 100. Kuppe senke. Rechts, 6. Rechts, 4, überpuppe. Durchsenke. Mittig halten, überpuppe. Rechts, 2, überpuppe. Links, 3, rechts, 4. In links, 6, 6, 6. Rechts, 6, durchsenke. Zweimal verkackt gerade. Rechts, 4, kumpe. Rechts, 6, links, 4. Aber ich hab's nicht. Hab' er meinen, hätte ich's gar schön drin gehabt. Rechts, 3, überpuppe. In links, 2, nach. Achtung, Koffer. So, rechts, 1, 80. Link, wir werden nochmal rot kriegen. Was fahr' ich denn für eine Rotze gerade zusammen mit diesem letzten Abschnitt? Rechts, 6, links, 4. Rechts, 3. Links, 6, überpuppe. Links, 6, durchsenke. Links, 4, überpuppe. Durchsenke. Links, 6, mittig halten. Überpuppe. Links, 6, durchsenke. Bis Ziel. Okay, kann's mal. Ja, zumindest die letzten Abschnitt nochmal geholt. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Kann's mal recht. Und alles aufkriegen, oder? Ja. Kurz sei Dank. Damit kriegen wir 13.000 Credits gut geschrieben. So. Das reicht aber weiter nicht für einen weiteren Rangaufstieg. Da wäre der nächste Rang 42. Nur eine 40. Zimmer mittlerweile. Gut. Da würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge. Und dann geht's weiter mit Wärmland. Schweden. Morgen. Morgen der erste Teil zumindest. Und dann am Montag hat's mal getan. Eventuell. Ja. Tschüss. Dez Milan. Ja. Ja.